Musik Boah, hab ich einen Kohldampf. Kommst du mit mir in die Kantine? Na klar, ich bin auch fast am Verhungern. Hoffentlich gibt's heute was Leckeres. Ach, perfekt. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Mein Lieblingsgericht. Yummy. Ach, da stehe ich eher auf Hamburger mit Pommes. Naja, gut fürs Klima ist so ein Burger ja nicht gerade. Fürs Klima? Du meinst so für die Tiere. Ja, für die Tiere auch. Aber ich meine tatsächlich das Klima. Ich habe mal gehört, dass ein Rindfleischburger über 2000 Gramm CO2 verursacht. Was? Das hört sich aber noch ganz schön viel an. Aber wo entsteht denn da CO2? Das entsteht doch nur bei der Erzeugung von Energie, oder? Ach, guck mal. Da ist Herr Lange. Er hat das Thema Ernährung doch mal im Unterricht behandelt. Fragen wir doch noch mal nach. Hallo Herr Lange. Stimmt es, dass ein Burger mehr als 2000 Gramm CO2 verursacht? Hi ihr zwei. Gut aufgepasst. Das stimmt. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen. Die Nudeln, die Mia gerade vorsicht hat, verbrauchen nur einen Bruchteil der Emissionen. Und zwar nur um die 400 Gramm CO2. Das ist viel besser fürs Klima. Und wie kommt das? Das liegt an vielen Faktoren. Unsere Lebensmittel müssen ja erst produziert werden. Eine Tomate zum Beispiel muss zunächst angebaut, geerntet, transportiert, verpackt und dann hier bei uns in der Kantine zubereitet werden. Erst dann kommt es bei uns auf den Teller. Bei all diesen Schritten entsteht CO2. Wenn man sich jetzt noch die Fleischproduktion anschaut, wird deutlich, dass diese Kette noch länger ist. Denn bevor das Tier geschlachtet wird, muss es zunächst einmal groß werden. Und hierzu braucht es vor allem was? Naja, Futter natürlich. Genau. Und das bedeutet, dass für die Vielzucht sehr viel Futter, also zum Beispiel Mais und Soja, angebaut, geerntet und transportiert werden muss. Noch bevor das eigentliche Lebensmittel, also das Schwein oder das Huhn, überhaupt groß geworden ist. Deshalb werden 70 Prozent der Agrarflächen für den Anbau von Futter für die Fleischindustrie genutzt. Oder anders ausgedrückt, für ein Kilogramm Fleisch werden 5 Kilogramm Futter benötigt. Ich habe mal gehört, dass rülpsende Kühe am Klimawandel schuld sind. Ja, das ist auch ein Faktor. Dafür muss man auch wissen, dass wir bei den Treibhausgasemissionen zwar oft von Kohlenstoffdioxid, also CO2, sprechen, bei der Ernährung aber auch weitere Gase eine Rolle spielen. Und zwar Methan und Lachgas. So schaltet eine Kuh täglich 200 bis 300 Liter Methan aus. Und diese Gase sind sogar viel klimaschädlicher als CO2. Methan ist etwa 25 Mal so klimawirksam wie CO2. Deshalb kann bereits eine kleine Menge dieser Gase schon große Schäden verursachen und das Klima massiv schädigen. Und Lachgas, das bei stickstoffhaltiger Düngung entsteht, ist sogar 300 Mal so klimawirksam wie CO2. Aber zurück zu den rülpsenden Kühen. Beim Verdauen entsteht das klimaschädliche Methan. Bei den Kuhfladen übrigens auch. Und so ist ein einziger Hamburger schließlich für mehr als 2000 Gramm CO2 verantwortlich. Während ein Einwohner Marlies am Tag übrigens nur durchschnittlich 27 Gramm CO2 verbraucht. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Wie sieht es denn mit Geflügelfleisch aus? Tatsächlich verursacht ein Geflügel-Hamburger deutlich weniger CO2. Nämlich nur etwa 1000 Gramm. Aber eben trotzdem noch doppelt so viel wie mir Spaghetti. Insgesamt ist der Fleischkonsum nicht zuletzt aufgrund des sogenannten virtuellen Wassers zu überdenken. Denn für ein Kilogramm Rindfleisch benötigen wir im Schnitt 15.000 Liter Wasser. Gut, dass mein Lieblingsgericht viel besser fürs Klima ist. Und zum Nachtisch gibt's ein leckeres Eis. Italienisches Menü eben. Aufgepasst! Klassisches Milchspeise-Eis hat's in der Tat auch ganz schön in sich. Weil für die Herstellung und Kühlung von Milchprodukten viel Energie verbraucht wird. Ups, daran hab ich nicht gedacht. Nimm doch stattdessen ein paar frische Erdbeeren. Es ist doch gerade Erdbeerzeit. Stimmt, bei uns im Garten wachsen gerade auch ein paar Erdbeeren. Weil es die meisten Obst- und Gemüsesorten inzwischen fast das ganze Jahr im Supermarkt zu kaufen gibt, vergessen wir oft, wann sie hier bei uns geerntet werden können. Sicher habt ihr auch schon mal im Winter Erdbeeren im Supermarkt entdeckt. Obwohl diese bei uns erst im Sommer geerntet werden. Diese werden dann oft extra eingeflogen oder mit dem Schiff transportiert. Und sind somit wieder extrem schlecht fürs Klima. Genau. Und selbst wenn der Anbau lokal in Treibhäusern erfolgt, wird auch hier wieder viel mehr Energie verbraucht. Sodass ein Kopfsalat im Winter aus dem Gewächshaus etwa fünfmal mehr CO2 verursacht, als ein Freiland-Kopfsalat, der zwischen Mai und Oktober geerntet wird. Das ist ja alles schön und gut. Aber woher soll ich denn wissen, wann was wächst? In unserem Garten haben wir nur ein paar Erdbeeren und manchmal ein paar Tomaten. Da gibt es viele tolle Saisonkalender, die Auskunft darüber geben. So einen könnte ich, glaube ich, auch gut gebrauchen. Und schaut euch mal um, wie viel noch auf den Teller übrig bleibt. Die Essensreste müssen entsorgt werden, wobei auch wieder CO2 entsteht. Da kommt insgesamt ganz schön viel zusammen. Dass das Thema Ernährung so komplex ist, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht können wir ja mal mit den Kantinenbetreibern sprechen, ob wir die Ernährung nicht etwas klimafreundlicher gestalten können. Das ist eine tolle Idee. Ich habe auch schon einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir das vegetarische Angebot etwas ausweiten und den Kantinenbetreibern vorschlagen, leckere Alternativen zu Fleisch anzubieten? Einmal die Woche könnten wir doch auch einen Veggie-Tag veranstalten. Oder wir schlagen vor, dass nur Produkte verwendet werden, die aus der Region kommen und gerade erntreich sind. Da muss das Essen nicht so lange transportiert werden. Vielleicht könnten wir ja hier in der Kantine so einen Saisonkalender aufhängen. Ja, gute Idee. Auch Bioprodukte haben eine bessere Klimabilanz. Wenn wir es schaffen, dass das Essen lecker ist und eine bessere Klimabilanz hat, dann können wir selbst einen großen Beitrag leisten, um das Klima zu schützen. Alleine dadurch, dass wir jeden Tag wählen, was wir essen. Super! Dann schaue ich mal, was ich heute alternativ essen könnte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.